Guck mal, ich zeige euch jetzt mal, wie langsam Nacho ist. Ich werde ein Leckerli rausnehmen und ich wette mit euch um 100.000 Euro, dass Bounty das Leckerli zuerst bekommt, okay? Um 100.000 Euro wette ich jetzt mit euch. So, hier sieht man schon, Bounty ist da, Nacho hat es noch nicht gedacht. Da ist Nacho. So, pass auf. Guckt hin. Bruder, da ist es, Leckerli. Warum bleibst du sitzen? Nochmal, er würde verhungern draußen in der Natur. Guckt es euch an. Gut, schau wieder, Bounty. Einfach los, der Bruder. Und schon wieder. Der Bruder hat nicht ein Leckerli bekommen jetzt. Komm her. Was denkt ihr, wer als erstes auf dem Stuhl ist? Nicht Nacho. Aber nicht so, nicht so. Nee, nee, nee. So kriegst du das Leckerli nicht. So nicht, Bounty. Ruhig. Bruder, habt ihr das gesehen? Die hört auf mich. Katzenerziehung. So, Nacho, jetzt kommt. Nacho hat es jetzt auch geschafft. Nacho ist fast da. Nacho ist fast da. Ja. 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 Guckt euch diesen verlorenen kleinen Bengel an. Wie kann man so verloren sein? Wo guckst du hin, Bruder? Setz dich neben Bounty und streitet euch. Nicht streiten. Nicht streiten. Okay, ich muss Natchels noch ein paar Leckeris geben. Bounty zu viel bekommen. Okay. 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 Der ist so süß. Digga, wie kann man so süß sein? Aber Bruder, ey, it's my no joke. Bounty hat es gecheckt, was ich gerade zu ihr gesagt habe. Merkt ihr das? Nacho. Ach, das beißt nicht in meinen Finger. Gut, reicht. Bitte Leckeris. Und hier hast du noch ein Nacho. Nacho.